Leute, ich bin wieder eurem Akku, wir haben hier gar nichts. Gut, und das Spezialgast ist da. Okay, guck dir. Mit dich springst du, mit vier haust du. Okay, verbrügel ihn ihn. Ich kann ihn wohl. Ich kann eigentlich in dem fetten Zustand aufhauen. Nein. Oh Mann, ha! Tschüss. Es ist ja klein geworden. Oh, nein, jetzt hab ich mir den Jack. Du kannst eigentlich immer hin und her auf die Giften abfahren. Nö! Nein! Du böser Frosch! Ich geh runter. Tschau, Leute! Gut, kann ich noch mal versuchen. Versuch's dann machen. Solange wir ihn in diesem Kopf besiegen. Nö! 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 Du böser Frosch! Bist du ja? Ja, versuch's noch mal. Es ist ein böser Frosch! Also, Kinder, denk dran. Nicht alle Fröschen sind lieb. Fröschen sind Feinde. Kein Fodder. Ich darf dir schon Futter? Nein! Er ist ein Frosch! Ob er sein Frosch ist oder nicht Kröte, wer weiß. Er ist ein Mutant! Er ist... Er ist ein... Er ist der Süßleimer von dem Ghostbusters. Er ist der böse Onkel davon. Er ist ein Frosch! Ich glaube, er da ist. Meist du mal! Da! Jetzt kommt wieder seine Scheissmode! Jetzt springt er an und er wir umbringen. Du bist ein Seillümpfe! Jetzt werfen wir mal ab. Okay. Du bist so ein Vorschenkel. Nein! Kommst du denn hin? Nein, das ist, weil du einen Hufeifen hattest. So? Ja. Nein! Das ist der billige Tun. Aber das ist der. Du spielst das Spiel zum ersten Mal. Ja. Auch wenn du es auf der PS Vita hast, das Neueste. Ja. Aber das ist auch lustig. Ich will drauf um den Ding mal spielen, weil ich noch nicht mit bin. Ja, das habe ich auch auf der PS3 runtergeladen. Wie sie du schaust, kannst du ja das als Let's Play. Das nehme ich auch noch dran. Ich habe noch 50, 60 Spiele, wo ich Let's Play will. Ich habe noch vor ein paar Tausend Videos zu machen. Jetzt so als Neugierde. Hast du Let's Player Vorbilder? Oder Youtube Vorbilder? Ja, ein paar. Kannst du mir ein paar aufzählen? Äh, ein, was wir halt da jetzt kenne. Eine ist ein Noni. Äh, nein, nicht ein Noni. Äh, eine ist ein Tun-Vars. Er fehlt, das ist ein guter Let's Play. Wo das dann noch mal Alice macht. Und ein paar andere. Ähm. Dann haben wir noch das Talker drin. Kein ich glaub. Dann, äh. Der Kev. Oder Starlin. Der Kev. 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 Ja und ein paar andere. Die sind ja auch ein Noni. Ich weiß ja und dann gar nicht mehr. Der Kev. 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 Ich krossiere wieder mal das Ding. Das ist der Onkel. Das Rätsel des Waliser Dreiecks war gelöst. Wir lieben noch eine Weile in England. Genossen das Wetter und machten uns dann auf den Weg nach Hause. In Erwartung unseres nächsten großen Fuß. Gut, das kommt zum Nächsten. Jetzt geht's nach Utah. Zu Mugshot. Das ist in Amerika. Ja. Ich war schon lange nicht mehr in den USA. Der Parkshop war der Nächste auf der Liste. Nicht besonders helle, aber Muskel gepackt. Es stellte sich heraus, dass er nicht immer so gewesen war. Er wuchs als dicklicher Stromer auf. Der Weichling der Nachbarschaft. Die einzigen Freunde, an die er sich wenden konnte, waren die Helden aus dem Fernsehen. Besonders die Gangster hatten es ihm angetan. Den Rest seiner Jugend schufte er hart, um an das Ziel seiner Wünsche zu gelangen. Angetrieben von seiner Gier nach Macht und Respekt. Es kostete ihm jede Menge Schweiß, diesen Traum zu verwirklichen. Er wurde zu einem hart besottenen Strafen der Welt, die eiskalten Gangster. Er sorgte so dafür, dass niemand mehr ungespracht auf die Tabo hatten, über die er umschubsen würde. So, in Mesa City hat er sich verkrochen. Ich wollte schon immer mal dorthin. Ich wollte es jetzt hier gegen Muskelbord reden. Ich will es jetzt mit mir auf. Ich will es mal drüber. Ja, es ist so. Ja. 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 Achso, dann der Sorbus, dann Golden Boy Markozy, dann Let's Play Markus, dann Unboxing Extrem, weil ich auch gerne Yu-Gi-Oh Karten habe und dann Ray. Ja gut, die Yu-Gi-Oh Karten, ja voll. Was war das für eine Weisheit? Ja. Das ist eine Probeübersetzung. Und der ist tot. Ah, das sind sie. Wer spielt jetzt schon das dritte Mal, dass ich es dort spiele? Böser Hund. Ein starker bisschen. Okay, das ist meine Schut. Lassen wir mal den Herr Benni wieder. Na gut, mal schauen. Ja, was auch. Na klar, das muss man auch aufhauen haben. Ja. X im Kreis. Lalalalalalalalalalalalalala. Und da? Und dann, Willi. Auch X im Kreis. Nehmen wir mal die Wache mal übrig. Ah, ja. Kein Bock auf die Wache. Komm da nicht auf unsere Güter. Achso. Okay, so gibt's da. Dann kannst du da auf das Tafel inspringen. Nein. Aber jedenfalls habe ich die Wache überlistet. Ja. Und sonst, was arbeitest du? Als Landwirt. Und wo? Auf dem Ekertorf. Ist das schön dort? Ja, eigentlich schon. Okay, aber jetzt recht. Weil ich ja aber doch dort. Wie sonst? Tolle Mitarbeiter. Das sind alles Auflöcher. Die meisten gehen schon eigentlich mit der Zeit auf Nerven. Ja, gibt es insbesondere Leute? Ja, der muss angeblich jedes Spiel durchspielen. Das ist ihm jetzt recht in Nervensack. Weil genau er so angeht. Heute hat er wieder angegeben. Er wäre der Reichste. Ja. Bevor der Sie Reichste vielleicht, ja. Nein. Fast. Oh, spendet ihr den Pop? Bis zum nächsten Mal, eure Leute. Euer Marco.